Nintendo setzt immer weiter und weiter auf die Amiibos und der Erfolg gibt ihnen recht. Am 23. Januar 2015 erscheint die dritte Welle an Smash Bros. Amiibos und jetzt wurde bereits für den 24. April 2015 die vierte Welle dieser Figuren angekündigt. Na, ist euer Kämpfer inzwischen dabei oder auf wen wartet ihr noch? Ebenfalls am 24.04. erscheinen die ersten Super Mario Amiibos. Mario, Luigi, Peach, Yoshi und Bowser könnt ihr ebenfalls in Smash Bros. für Wii U und 3DS einsetzen. Auf dem New 3DS könnt ihr ja auch die Amiibos mittels eines kleinen kostenlosen Updates benutzen. Des Weiteren gibt es einen Toad Amiibo und der ist kompatibel mit Captain Toad Treasure Tracker. Da werdet ihr eben ab Ende April kleine Easter Eggs im Spiel finden können, kleine 8-Bit-Toads und ja. Die brandneuen Super Mario Amiibos finden zudem auch Verwendung in Mario Party 10, welches am 20. März 2015 in Deutschland erscheint. Und ja, welche Amiibos wünscht ihr euch noch? Das wäre auch mal wünschenswert von welchem Franchise oder von Smash oder Mario. Und last but not least sei zu erwähnen, dass im Game Codename Steam jetzt auch die Amiibos von Marv, Ike, Darain und Lucina benutzt werden können als kleiner Gastauftritt im Spiel dann. Was haltet ihr davon? Und ja, was haltet ihr generell von der Richtung, dass Nintendo immer mehr mit diesen Amiibos macht? Seid ihr total dagegen? Haltet ihr das für Humbug? Oder begrüßt ihr das und schnappt euch alle? Tja, jeder sieht's anders. Eure Meinung in die Kommentare. Bis dann und ciao!